Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker mit mir und den Yoshi-Tendüchen. Wir spielen heute nach langer langer Zeit mal wieder die 100 Mario Herausforderungen und zwar auf Normal. Achja das waren ja 16 Levels. Ja dann doch lieber eher leicht. Aber leicht ist halt auch mal so doof. Warum gibt es bei Normal nicht die Möglichkeit 8 Levels auszubilden? Genauso wie bei schwierig. Wer spielt denn 16 Levels? Das ist ja sowieso immer noch der alte Spielstand von damals den wir damals mal angefangen haben. Aber Leute das wollen wir probieren hier mal weiter zu kommen. Ich meine das können wir auch machen. Bei leicht haben wir auch noch einen Stand. Schwierig. Wir versuchen mal. Wir haben noch 54 Leben. Wir schauen mal wie lange wir weiterkommen mit den Schwierigkeits Account beziehungsweise Status. Ich weiß nicht. Boah ich weiß gar nicht wann wir da angefangen haben. Dürfte auf jeden Fall schon ein paar Monate her sein. Wir schauen einfach mal wie es weitergeht. Ich meine es gibt jetzt auch den neuen Filter. Also natürlich auch schon in längerer Zeit den sehr schwierig Filter. Und hier sind ja nur die schwierigen Levels dran. Und wir sind halt jetzt in Level 3 und 16 äh 15 Levels kommen noch. Ja. Äh nicht 15. Äh 13 jetzt kommen noch. Und oh da gab es Leben. Verdammt. Die brauche ich doch. Und jetzt gibt es auch Zeitdruck. Ja ist okay. Ja äh ja gut dann bleibe ich halt unten. Ah ich muss bestimmt unten bleiben. Ne. Ja. So ein Level. Sehr schön. Und ein Leben weg. Ach ja. So hier ist es immer wieder toll. Gut. Aber wir wissen es gibt da Leben. Äh Pirze. Das heißt wir warten kurz ab. Dann gehen wir durch die Türe. Und bewegen uns mal. Ach ich darf nicht runterfallen. Och ne. Ich hasse diese. Diese Levels sind toll. Oh das heißt ich darf. Oh ich darf auch noch präzise Sprünge machen. Aber wenn ich mir den P-Switch mitnehme. Dann sind es eigentlich sogar perfekt. Also wenn ich da drauf drücke auf dem P-Switch. Komm gib mir den Pilz. Dankeschön. Dankeschön. Düt 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 düt. Ah. Ah. Äh. Warte warte. Aufdrücken. Genau. Perfekt. So und jetzt durchrennen. 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 Schneller. 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 Jetzt wird es kritisch. Okay. Ist okay. Wir gehen durch die Tür. Jetzt sind wir hier. Ich darf raten. Ich bin ja auch. Ich bin ja auch natürlich tot. Achso du möchtest mir sagen ich muss sogar klein bleiben. Kann sein. Ich guck nochmal ins Video komm ich auch noch hin. Ja. Aber ich guck mal nicht mal zurück. Boah. Das ist ein schönes Level Leute. Ach ja. Diese Levels. Hm. Okay. Ich darf keinen Pilz einsammeln. Schade. Gut. Das ist ein Japaner Level. Das sehe ich jetzt aber erst gerade. Düt 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 düt. Däh. Da ich darf keine Blume einsammeln. Oh wow. Und dann muss ich auch noch schnell sein. Ja Mensch. Das ist ja schön. Ja. Das schaffe ich nicht. Oder schaffe ich. Oh mein Gott. Okay. Hier durch. Dann gehen wir hier schnell durch. Dün. 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 Lün. Hier. Oh. Jetzt muss ich aufpassen. Wieso bin ich jetzt lang? Ich muss da hoch einen Sprung machen? Wirklich? Oh mein Gott. oh mein gott oh ich muss ein dreiersprung machen und jetzt war noch mal ein dreiersprung Mario guck mal das geht hier guck mal das geht jetzt muss ich das dann noch richtig uptime ja so nicht naja super ich liebe solche levels oh noch ein bisschen ich glaube zweite blume irgendwie so was so ab hier behaupte ich jetzt mal ja zu früh bisschen später jetzt wird die zeit gleich knapp warum springt er denn manchmal nicht der doofkopf das habe ich mir jetzt gut hat halt nicht geklappt können wir überspringen wie ging das denn noch mal ich weiß es gar nicht muss ich auf minus drücken ich musste auf minus drücken beziehungsweise ich kann auch so machen das geht ja auch ich wäre mit dem gamepad von japaner level okay und irgendwie alles hier nur so hochgeschwindigkeitslevel so brauchen wir auch immer bestimmt heißt es am ende wieder besiegen auf bosa zehntausend mal okay ich brauche auf jeden fall einen großen pilz bis dahin 49 miles left super 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 den haben ich möchte den haben ich möchte den noch haben mann ich könnte ihn sogar haben aber ob ich die zeit drauf habe das andere frage wow diese levels level level nicht level sorry sorry ja aber wie soll das sonst mal mit den dingern ja wie mache ich jetzt gleich die anderen da ich erwarten als ich war jetzt hier ein bisschen acht und ist eine plattform nicht gesehen war super aber weiß ich gleich für gleich bescheid okay perfekt sie kann mich jetzt nicht nur über schummeln weiß nur nicht wie weit soweit alles klar ich kann über brot darüber was noch wo es auch ein paar hat geht kollegen sollte eine fliegt freut mich er fliegt jetzt da doch das okay ich muss mit dem propeller dann aber rüber ich brauche den propeller anders geht es nicht gut aber man hat zeit die zeit ist human würde ich sagen die ist auf jeden fall so bumm bumm alles gut ich dann dieses knochenfahrzeug jetzt gesehen habe das heißt das macht mir die sachen noch mal ein bisschen leichter das heißt wenn ich das hier benutze ja gut ein bisschen langsam und so passt schon wow wirklich die hitbox hat getroffen also mehrere drin aber wenn ich das gewusst hätte ich nichts zurückgesetzt hi 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 ach leck mich und nein sind die alle weg ne ach das so zum kotzen oh ich hasse dieses level hi bowser was geht kommers neu statt da brauchst nichts machen aber ich habe mehrere versuche das ist sehr sehr wichtig zu wissen die musik ramba samba hier ja 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 gut also ist das gut zu wissen auf jeden fall aber man muss auch sagen die zeit ist halt wie gesagt nicht gut angesetzt also es ist machbar ist halt nur mit dem bursam am schluss so blöd um die nase kurz wartet kurz so alles klar so hier warten wir ja von mir aus ist ja auch egal okay der mich so getötet easy so und mit dem muss ich das jetzt reißen beziehungsweise mit dem anderen oh mein gott bleibt knapp das ist ja alles so knapp hilfe okay das schaffe ich 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 laber baden bisschen heiß kann mich schon gut für die haut und gerade so für so eine ächzige haut kann gut tun behaupte ich mal ja okay ich nehme auf ne ich nehme auf gut weiter juhu hey sind ja nur noch zwölf levels hey spaß schon wieder japaner level die haben wir hier haben sie aber heute ey oh ein geisterlevel oh ne okay das wird irgendwas böses guck mal das ist halt so ein so ein so ein wenn es wirklich ein geisterhauslevel ist mit irgendeiner doofen sachen die man machen muss dann wird es nicht schön oh ne jetzt muss ich auch noch runterfallen okay das ist aber gepasst hat das timing passte oh okay okay kommen wir aus hier nehme ich mit bitte schneller schneller danke wo muss ich hin okay ich bleib drauf hätte ich da rausgemusst nicht glaub ich erst hier aus so hier aber da oben was mit p-switches machen und nie okay ich bin nicht tot ich dachte jetzt wäre ich tot verdammt nein da gibt es nicht lang ich muss da hoch so ein langes level habe ich ja gar keinen bock schüss na komm tschüss so lange levels habe ich gar keinen bock tut mir leid nicht so meins verliert jetzt ein leben oder habe ich immer noch die 45 ich verliere ein leben ne ich verliere kein leben das finde ich nett jetzt haben wir mal ein sarah sarah am regen kam freut mich oh toll schönes level sind alle gleich die sind alle gleich schön aber schön wow hier geht's mir aus muss ich die hier benutzen ja so halb durch die türe bombe ein bombe sehe nix sehe doch nix hier mache ich das bestimmt nicht an oder mache ich das hier an ne ich nehm das mit bin ich bescheuert das nehm ich mit oh das ist ein feuerblume, den hätte ich ganz gerne ach komm schon ey das ist doch mal unfair ach das ist doof ne komm das ist doch doof weißt du da versuchst du nur eine feuerblume zu holen und du wirst small board house pause okay sonst versuchst du hier nur eine kleine feuerblume zu holen und du bist bestraft mit dem tot tot kannst gleich vergessen sowas spin jumps sind nicht gut japaner level oh ne nicht sowas ja du miau du mich auch hm enter enigma zero escape von jordan sogar mal ein ach ne das ist ein puzzle level ich hab doch keine ahnung von puzzle level ja du kannst vergessen hab ich keine ahnung von highlife von eric österreich österreich okay das geht ja noch das geht ja noch das geht ja noch wenn ich hier drauf bleiben darf bin ich froh ah die gehen gleich runter ne ach ne die bleiben für immer die müssen auch mal irgendwann runter gehen oder tun sie aber irgendwie nicht das ist äh wow dat äh hi ziel cool hä okay fangen wir aus nehm ich hin nehm ich so hin auf jeden fall level bandit hi lie zu einem rekord jo easy ich find scheinert der alte rekord nicht dasteht ich find's immer doof dass der neue rekorden untersteht man würde ja auch gerne wissen was der alte rekord war maio's don't jump challenge okay kein springen heißt ich brauch nur x ja täh achso oh das ist aber nett ich dachte ich wäre schon tot aber warum aber ich darf doch springen ne hä aber wie komm ich denn da rein ach ne das sind solche levels äh und wie komm ich dann da rein beim 2 das dann verstehe ich nicht da lande ich doch niemals drin oder ne ne glaub ich nicht dran zwar schon irgendwie aber nie kaiser skill training comment on yay ah toll da warten hier kommen gegner runter ach ne das ding ach ne ich kann kein kaiser kaiser sachen keine leute könnt ihr vergessen chatteux terraform poor cb games von eddie haa freut mich darf ich den pilz haben oder bin ich auch wieder mit dem tot natürlich bin ich tot was erwarte ich denn was erwarte ich denn aha da werden viele leute sterben da sind sehr viele todesmarken sah für mich aber noch machbar aus aber naja wir werden 10 oh gott oh gott ja geil oh der lakito ist ja auch wieder premium platzierter ich versuch's trotzdem mal dumm dumm ach komm ach das ist zum kürzen man ah unterwasser 15 timi das kann nicht schwer sein ne sonst verlange ich Geld zurück timi dimi ok ja gut die sind ja eh langsam im wasser das ist ja schon mal nicht so schlimm das steht da ich will mal behaupten da steht hallo danke 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 naja wenigstens hab ich mir ein bisschen schwerer gemacht sag dich und stirb sterbe stirb nur stirb ey ich stirb ich stirb vor langer weile du 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 sonst ist die musik aber schön ok aber allerdings brauch ich hier die ganzen blöcke nicht aufzumachen hallo ja steht doch hallo steht da siehst du deutsches level mit warte hau mir noch paar märntintenfische ins gesicht ist ok spiel 37 oh ich übersteuere aber nicht gut kein wunder wenn ich so rede also tinnenfisch 1 2 3 4 also noch familien freut mich ja hi na kinder heute ist wohl wieder großausflug gesagt angesagt ja das kann ich verstehen das ist ja kommt mal ein bisschen zu mir hier mit eurem kinder schön genau so und jetzt sind wir mal ein bisschen hier vom kurs und jetzt kommen wir gleich neu hin ne ja geil hast du 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 hast bestimmt die stimmste stelle in den ganzen level als anderes leicht behaupte ich jetzt mal auch wenn ich das level bild nicht kenne aber ich denke mal so ist das sich ja freut mich ich weiß nicht was ich hier machen soll was soll ich hier machen ich kann ja hier nur sterben wie hab ich das denn da rausgeschafft wie viele familien das sind hi Wie soll das denn gehen? Ach komm weg damit, weg damit Hau weg den Müll So Leute Wir spielen noch bis 30 Leben Da machen wir ein Päuschen Für mal gucken wie lange die Zeit sein wird Aber wir machen einfach wieder ein bisschen längere Pause Jo Ah Ah Hä? Ist hier noch was drin? Verstehe ich es nicht Dann verstehe ich es nicht Zehn irgendwas Irgendwas mit zehn Zehn Challenges Zehn Blumen Zehn Nelken Labyrinth Auch schön Ah What? Wie kurz ist die Zeit? Ach 10 Sekunden Ja logisch Mach ich immer gern Aber wie sehe ich hier leben on must Das ist gut Ja ne Tschüss Ich habe den bekommen Kriege ich jetzt auch gespeichert? Na kriege ich nicht Ich muss das Level wenden Schlauer Fuchs Schlauer Fuchs Schlauer Fuchs Okay Fliege ich gern durch Durch so ein 8-1 Inhumane Version Oh Scrolling Level Das sieht eigentlich ganz schick aus Ja Ist super ganz schick Ach und diese Ach und diese X sind dafür da wo die Bomben landen Voll die coole Idee Also ich denke mal nicht dass der Level hier auch schwer ist Sondern einfach wieder die Länge bestimmt wieder sein wird Und dass die Leute irgendwann Ja vergessen haben What the fuck wie viele Kanonen sind das denn? Das ist ja cool Das habe ich ja so auch noch nicht gesehen Es gibt immer wieder neue Sachen ey Wenn man das mit so einer großen Kanone auch machen kann Bestimmt dann Wow So hi Oh da kannst du ein paar mehr Oh ja 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 ich weiß schon woran ist die wieder Scheitern wird als deine rote Kanone Hilfe Glaube ich muss hier hoch? Ich geh mal hier rein ne So sollte glaube ich ganz gut sein Oh Checkpoint Sehr sehr freundlich Die Geräusche ey Voll süß Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hi. Danke. Danke. Och komm. Der kleine Pix, die paar, zwei, drei kleinen Pixels von dem Schraubenschlüssel. Komm, der Kleevel möchte ich schon ganz gerne noch bänden. So schwer ist das nicht, behaupte ich mal. An den Pilz noch einen zu bekommen, das ist ja auch eine Kunst, ne? So geil, hab ich auch geschafft. Cool. Du, 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 du. Ja, danke. Also da verlierst du immer den Pilz. Mhm. Hi. Wow. Och, nein, das wurde ich nicht übersprungen. Oh, ich hab ihn übersprungen, ich dachte schon. Äh. Also, das ist ein gutes Level eigentlich. Äh, äh. Oh, ja, super. Jetzt bin ich nicht in den Rechtsgelenk. Äh. Ja, komm, jetzt kommt mein letzter Versuch. Wir halten uns mal an die 30, die ich gesagt habe. Dann müssen wir das Level halt leider rausschmeißen. Ist ja nicht so schlimm. Okay. Jetzt gehen wir nochmal alles. Did it. Äh, wieso matten, also wie du das da, äh, pilzfrei überleben sollst, weiß ich jetzt nicht. Oh mein Gott, das war schon wieder so knapp mit dem Maulwurf. Das sind aber auch sehr, sehr viele. Ach, leck mich doch mal den Scheiß-Schraubenschüssel. Ja, Schüss, tut mir leid. Hat dann halt nicht wollen sein. Ja, Leute. Wir sind bei 29 angelangt. Ob wir, ich denke, wir werden das schon noch weiterspielen auf jeden Fall. Wann, weiß ich noch nicht. Ähm. Ähm, aber bestimmt eines Tages wird es nochmal weitergehen. Das war es auf jeden Fall erstmal von diesem Part von Let's Play Super Mario Maker. Und, ja, ich hoffe, wir sehen uns besser wieder mit Super Mario Maker. Und bis dann. Sei schau. Euer Nenya Shitendo. Schau ich hin.